Ja, und der tritt gegen Herrn Stegner an. Ja. Hier, Renner. Mein Name ist Hartmut Steins, ich bin 64 Jahre alt, verwitwet, habe zwei Kinder, habe irgendwann mal BWL studiert, das ist schon gar nicht mehr wahr, wohne seit 2011 in Büdelsdorf, vorhin habe ich in Eckernförde gewohnt und habe viel mit Jette zusammen gemacht, das war auch eine schöne Zeit. Ich bin Kreis... Das war echt lustig. Ich bin Kreislandsfraktionsvorsitzender im Rendsburg-Eckernförde, bin Ortsvorsitzender von Rendsburg-Büdelsdorf, bin Amtssekretär, bin Stadtvertreter in der Stadt Büdelsdorf, bin Zweckverband der Förde, Sparkasse, bla 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 bla. Warum trete ich für den SSW an? In Anbetrach auf die fortgeschrittene Zeit habe ich eine Frage. Kurze Version oder längere Version? Kurze oder lange? Kurze oder lange? Okay, ich trete genau für das an, was meine Vorredner gesagt haben und was meine Nachredner sagen werden. Danke! 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 Okay, dann machte ich es jetzt wirklich. Flemming, ich hoffe auf die über 5 Prozent. Danke! 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 Vielen Dank.